in dem heutigen video möchte ich euch bei vason das verfluchte schädel ist zeigen wo ihr die wunderwaffe dg2 bekommen könnt das ganze macht ihr bei dem neuen fortunes keep event und ihr müsst hierfür hier unten links bei diesem turm landen im mittleren gang des turmes wenn ihr die leite hoch schaut ist ein raum der mit holz bedeckt ist diesen müsst ihr nun aufsprengen dazu könnt ihr granaten nehmen oder einen raketenwerfer nachdem ihr den raum aufgesprengt habt dann könnt ihr da reinlaufen und da drinnen befindet sich dann der verfluchte schädel ihr müsst diesen schädel nun aufheben und fünf kills machen leute und wenn ihr mit dem interagiert also einsteigt dann werdet ihr erstmal in die luft geschleudert und ihr könnt euren fallschirm nicht aufmachen aber das macht nichts denn ihr kriegt kein damage ihr müsst jetzt wie gesagt fünf kills machen und der kill fortschritt der speichert sich im schädel das heißt wenn jetzt zum beispiel down geht ihr habt vorher drei kills gemacht ihr geht da und jemand anderes hebt den schädel auf dann braucht er nur noch zwei kills machen damit er die wunderwaffe bekommt wenn ihr dann fünf kids gemacht habt bekommt ihr die anzeige dass ihr das fluch gebrochen habt und dort wo ihr steht wird dann eine kiste droppen in dem loot drin ist und in dieser kiste ist jedes mal die wunderwaffe dg2 drin diese ist two shot bei gegner leute also ihr braucht die gegner zweimal treffen dann sind sie immer down das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da und schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben könnt das jetzt an dieser stelle ändern und die glocke aktivieren damit in zukunft nichts mehr verpasst und immer auf den neuesten stand bleibt danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video